Das Bodyforming-Programm. Besser aussehen durch ein Ganzkörpertraining auf der Powerplate. Bis zu 2400 Muskelkontraktionen pro Minute aktivieren nahezu 100% der Muskulatur. So kann es schon nach kurzen Trainingseinheiten zu einer Definition der gesamten Muskulatur des Körpers kommen. Ausatmen beim Hochkommen, Einatmen beim Runterlassen. Noch 18 Sekunden. Halte! Spann doch mal alles an. Oberschenkel. Bauchmuskulatur. Roll dich etwas nach vorne ein. Spann die Bauchmuskulatur an, aber vergiss die Atmung nicht. Dieses und viele weitere Programme finden Sie in der Powerplate Station oder in der Powerplate Trainings-App, die Sie im App Store herunterladen können.